Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWender1974 und ja, ihr seht richtig, das ist Diablo auf dem Gameboy. Sogar auf dem Original Gameboy. Ich muss euch aber gleich schockieren, das ist nur ein blöder Prototyp und ich mache jetzt mal folgendes. Ich starte mal einfach und dann seht ihr das mal einfach. Hier kann man ein bisschen was machen. Kann man eigentlich nicht mal die Fässer zerschlagen. Also das ist wirklich ein ganz early Prototyp, das hätte wahrscheinlich eine Truhe sein können. Ich glaube, die Tür kriegen wir auch nicht auf. Ach, da können wir durchglitschen. Na gut, das können wir uns nochmal angucken. Aber der Prototyp ist nicht spannend. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich werde den auch gleich mal reseten. Wir können mal ein bisschen so durch die Stage gehen. Was aber viel interessanter ist. Mal gucken, ich glaube, der wiederholt sich auch, glaube ich, gleich. Na, ihr seht schon. Da können wir einmal komplett mal hier durchlatschen. Aber, genau. Und dann fängt er, glaube ich, auch irgendwo an, sich wieder zu wiederholen. Und da seht ihr schon. Also hier ist nicht viel zu finden. Hier kann man auch nichts machen. Die Türen funktionieren nicht, die Waffe funktionieren nicht, das Ding hat auch keinen Sound. Das ist jetzt nicht so spannend, denke ich. Aber ich habe es euch mal gezeigt, weil es jetzt gerade bei meinem Aufräumen hier, ich mache das ja am 6.12. übrigens, habe ich das tatsächlich noch auf der Platte gefunden. Habe tatsächlich irgendwie immer ein Video dazu machen wollen, habe das irgendwie nie gemacht. Und habe dann, das ist wieder der pure Zufall, weil es war ja die Video Game Awards. Und dann kam dann nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwo ein Flashback war oder irgendein Teaser oder so in der Pre-Show. Dann gab es da irgendwie nämlich nochmal einen Hinweis dazu. Und deswegen kam ich da nochmal drauf. Ich resette das mal eben, damit wir am Titlescreen nehmen. Jetzt erzähle ich euch mal was. Das ist also jetzt wieder für Leute, die nicht wahnsinnig an sowas Interesse haben. Wahrscheinlich nicht die Leute faszinieren, aber ihr seht ja, so viel Content ist da nicht. Das ist der Prototyp zu Diablo 1, wie man sieht, für den Game Boy. Gefunden wurde der aber wieder ganz, ganz merkwürdig. Denn, ich habe es mir jetzt mal aufgeschrieben, David Credock ist so ein, ja was soll man sagen, ein Autor im Videogame-Genre. Hat auch irgendwie, weiß ich nicht, I Love Zelda und andere Sachen gemacht. Müsste mal gucken. Ich werde die Seite dann auch verlinken. Der hat für Blizzard recherchiert. Für also ein Blizzard-Buch mit Firmengeschichte und hast ja nicht gesehen. So, und dann hat er eine Story rausgefunden, dass Blizzard tatsächlich mal, in dem Fall Diablo 2, geplant hat für den Game Boy Color, beziehungsweise für den Game Boy Advance. Und wollte da irgendwie gucken, für Zielgruppen, wollte das Diablo Junior nennen, also sprich ein Diablo für Kinder. Gut. Das war irgendwie 2012, wo das rauskam. Und ihr ist natürlich klar, oder beziehungsweise euch ist natürlich klar, wenn irgendjemand sowas schreibt oder durch ein Äther jagt, dann machen die ganzen Homebrew-Jäger und ganzen, gucken sich jede Mülltonne um das ganze Blizzard-Gebäude an. Und tatsächlich hat man natürlich nicht dieses Game gefunden, was angeblich schon Stable hätte sein müssen oder ein Prototyp. Ihr wisst, diese großartigen Gerüchte, von denen man irgendwie nie was hört. Deswegen wäre es vielleicht interessant, dass irgendeiner mal wirklich ein Buch rausbringt mit nur den Listen der Prototypen. Und wie weit die gekommen sind, das wäre wahrscheinlich interessant. Haben die tatsächlich ein Prototyp gefunden zu Diablo 1. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Meldung gibt von Blizzard, was das überhaupt ist, wo das Ding herkommt, ob das ein, was auch immer für ein Prototyp war, ob das irgendwie ein Testballon war eben für dieses Diablo Junior. Keine Ahnung. Also wer hier ein bisschen sich auskennt, kann das jetzt wirklich auch in den Kommentaren sich auslassen. Jetzt ist mal die Zeit für die Klugscheiße, die man da draußen hat. Jetzt könnte man wirklich loslegen, weil ich habe da irgendwie nichts Sinnvolles gefunden, außer, dass es eben dieses, diesen ganz Early Prototypen gibt. Man kann natürlich sein, du machst da jetzt Farben drauf, dann hast du die Game Boy Color Engine, das ist klar. Und beim Game Boy Advance machst du nichts anderes als, du setzt ein paar Grafikfilter drüber und setzt das Ding auf Breitbild. Da bist du ja auch recht schnell fertig mit. Vielleicht war das ja wirklich irgendein Testballon für dieses ominöse Diablo Junior. Ich weiß es nicht. Aber könnt ihr mal gucken. Ihr könnt auch sicherlich die ROM irgendwo finden. Ich weiß, YouTube, das verlinken, das tue ich nicht. Bin ja nicht wahnsinnig, aber ich denke mal, ihr könnt selber danach googeln. Das heißt, könnt ihr euch mal selber das angucken. Und dann bin ich mal gespannt, wenn ihr so ein bisschen das mal testet, was da so ist. Hätte sicherlich interessant sein können. Vielleicht können wir auch froh sein, dass wir es nicht gekriegt haben. Vielleicht wäre es auch ein ganz schlimmer Port gewesen. Aber die Geschichte hinter diesem Ding ist wieder viel interessanter. Ich muss mal gucken, ob ich euch nochmal ein paar andere Ports zeige, die leider nie released worden sind. Da gibt es nämlich auch ein paar Kandidaten. Aber vielleicht macht ihr irgendeine Homebrew-Szene und das Ding ja mal fertig. Das wäre ja mal ganz putzig. So, jetzt haben wir fünf Minuten noch durch und mehr will ich euch noch nicht zusammeln, weil da ist nicht so viel, was man euch zeigen kann. Aber seid mal gespannt. Ich habe sicherlich noch eine Menge vor, was ich euch zeigen will. Und hier, legt mal los. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.